Buch oder Hörbuch? Buch. Film oder Serie? Serie. Komödie oder Thriller? Beides. Netflix oder Amazon Prime? Netflix. Harry Potter oder Game of Thrones? Harry Potter. Fußball oder Formel 1? Wenn, dann Fußball. Feiern oder chillen? Chillen. Früh oder Spätabsteher? Früh. Einzel- oder Teammedaille? Na, für mich Einzel, ja. Training allein oder in der Trainingsgruppe? In der Trainingsgruppe. Fitnessstudio oder Homeworkout? Homeworkout. Radio oder Gewichtheben? Gewichtheben. Business outfit oder Jogginghose? Jogginghose. Strandurlaub oder Städtetrip? Strandurlaub. Luxusurlaub oder Camping? Camping. Dschungel oder Wüste? Dschungel. Vergnügungspark oder historische Städte? Vergnügungspark. Autos oder Öppis? Autos. Sommer oder Winter? Sommer. Und Stadt oder Dorf? Dorf. Určas. Dschungel.